Ja, der Tarek hier wieder beim Brassmania 2013. Wir stehen jetzt hier Backstage bei der Band Jazz Kantine, die jetzt noch ihren Auftritt vor sich hat. Wie findet ihr es denn so bis jetzt? Seid ihr jetzt schon ein bisschen da? Habt ihr schon ein bisschen Atmosphäre eingefangen? Klar, wir sind relativ früh jetzt hier und freuen uns natürlich sowieso über jedes Festival mit Sonnenschein, was ja in unserem Land nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und das passt umso schöner natürlich dieses Wetter zu dem Konzept hier, also sprich ein bisschen Blasmusik oder Brassmusik, die gehört finde ich viel naturmäßig, naturgemäß auch mit gutem Wetter zusammen. Und von daher ist es für uns ein willkommener Ausflug. Wir sind ja mit der Jazz Kantine auf relativ vielen verschiedensten Festivals unterwegs, aber das ist schon so. Wir mögen so die handgemachte Musik auch. Ihr wart ja auch unter anderem auf dem Woodstock der Blasmusik letztes Jahr? Genau, das muss hier irgendwie, ich glaube es sind die gleichen Veranstalter oder so, zumindest ist es ein Konzept, was uns jetzt sofort daran erinnert hat. Und auch da kamen wir nämlich an und dachten dann, was ist hier los? Also das ist ja uns Norddeutschen nicht so geläufig, dieses Thema, also diese Verbundenheit mit eben der der regionalen Folklore im weitesten Sinne. Und freuen uns umso mehr, dass wir dabei sein können. Und das ist schon was Besonderes einfach auch, naja, weil es ist ja so, dieses Woodstock Ding da in Österreich ist ja tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, auch verbunden mit Zeltstädten und einfach abhängen und so. Und das ist schon in der Kombi so, was für uns auch nicht aller Tage so auf dem Tourplan steht. Wir sind zwar hier auf dem traditionellen Blasmusikfestival, wo auch viele moderne Komponenten spielen. Heute Morgen hatten wir auch eine Big Band. Aber ihr kriegt ja auch die Kurve zum traditionellen, denn ihr habt ja auch diese Geschichte mit den Volksliedern gemacht, ne? Genau, also wir sind da zum Glück seit vielen Jahren schon mit der Jazzkantine, nicht mit Schollklappen unterwegs, sondern sind da relativ breit aufgestellt. Sonst gäbe es uns auch gar nicht mehr. Und haben genau diesen Ausflug in die Welt der Volkslieder gemacht. Sehen uns aber auch durchaus als eine Blaskapelle, weil wir immer schon mit vielen Bläsern unterwegs waren und ja auch der Jazz im Grunde genommen sehr, sehr beeinflusst ist von Blasinstrumenten im weitesten Sinne. Und auch da, wenn man jetzt zurückgeht auf die Ursprünge des Jazz, hat das ja auch ganz viel zu tun mit dann zwar eher amerikanischer Folklore, aber es mischt sich ja heutzutage sowieso immer mehr alles. Es gibt ja im Grunde genommen heutzutage kaum noch neue Musikerfindungen. Von daher ist ja dieses Stichwort Crossover für uns nach wie vor wichtig und hier mischt es sich ja wunderbar auch. Ja, das finde ich auch hier richtig wieder gut gelungen. Du hast eine Mischung zwischen traditionell, zwischen modern, zwischen Big Band, Salsa kommt noch. Also du hast eigentlich schon jede Facette. Auf Dauer, also so sehr ich die Musik auch mag, irgendwann ist dann auch mal gut, glaube ich. Also es ist auch immer ein schöner Abschluss an so einem Tag, wenn man dann sagen kann, jetzt geht es nochmal stilistisch einfach in eine ganz andere Ecke und das ist dann vielleicht noch eine andere Form des Tanzens und des Mitsingen. Und dann sind wir so als deutschsprachige Band wahrscheinlich keine schlechte Wahl für so einen Abend. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch vom Publikum angenommen und einfach auch mal diese Abwechslung zu haben. Habt ihr sonst noch Festivals, wo ihr dieses Jahr spielt, in der Größenordnung oder macht ihr dann eher so Clubgeschichten? Also wir hatten jetzt eine ganze Reihe von Festivals. Wir haben gerade in Rudolfstadt, in Thüringen auch wieder eine ganz andere Geschichte einen Preis gewonnen bei dem größten deutschen Weltmusikfestival, wo also eher wirklich Folklore aus der ganzen Welt, da sind wir ausgezeichnet eben für dieses Volkslied-Album und haben das mitgenommen und hatten ein paar schöne, auch große Festivals und sind aber auch wirklich so weit, also das geht bei uns so vom Kirchentag jetzt in Hamburg auf der Reeperbahn bis hin zum kleineren Jazz-Festival, waren jetzt auf einem großen Gaukler-Festival im Sauerland und touren so durch das ganze Land und machen im nächsten Jahr, da haben wir nämlich unser 20-jähriges Jubiläum, dann wieder eine größere Tour und machen jetzt zurzeit eher Festivals und ein paar kleine Clubgeschichten. Und machen auch unter anderem noch eine neue Platte, die jetzt im September rauskommt, genau. Die heißt Ultrahocherhitzt und die wird am 20. September in den Läden sein und auf den Portalen zum Downloaden und das hat uns jetzt so den ganzen Sommer durch beschäftigt. Im Studio haben viel Gas gegeben in der Richtung und das ist jetzt nach eben zwei Ausflügen in die Coverwelt, nach einem Hardrock und einem Volkslied-Coveralbum jetzt mal wieder so richtig Back to the Roots Jazz-Kantine, so wie man sie auch kennt, eben mit viel Funk, sehr sehr Funk-lastiges Album, mit viel Hip-Hop, aber auch Rugga-Sachen und das freut uns sehr, dass wir sozusagen wieder mit einem selbst komponierten Album am Start sind. Okay, ja, da kann man sich darauf freuen, denke ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall nachher einen schönen Auftritt hier in Basmenia. Das Wetter scheint zu halten und genießt das Publikum, ist, denke ich, gut drauf. Und dann sind wir gespannt, was ihr nachher so spielt für uns. Ja, ja, wir sind auch gespannt. Wir hatten eine lange Anreise jetzt, immerhin 600 Kilometer und trinken jetzt noch ein Bierchen und vielleicht springen wir mal in den See und freuen uns auch. Mal schauen. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.